Da ist Findel und ich habe meine Fackel verloren. Das müsste ich ja eigentlich mit Foundation weitermachen, mit den großen. Wenn du gerade so ein Gebäude machen willst, ja. Muss ich ja dann jetzt gerade. Schräg haben wir ja festgestellt, ist schwierig. Ja, wie wird so schräg hier? Da müsstest, du kannst das machen. Weißt du wie? Ja, Sound Foundation. Ja, du musst aber dann von den hier nehmen. Nee, du machst das noch anders. Du machst die hin, da eine Säule und da schnappst du eine Foundation ran, die dann hier rüber geht. Die kannst du ja nachher wieder wegnehmen oder so. Oder die Säule, dass die nächste Foundation hier schräg reinkommt. Und du weißt, was ich meine. Ja, die hier, die kannst du jetzt mal lassen. Da kommen ja eh noch Zäune draus. Weißt du, was ich meine, ne? Hast du eine Säule? Ja, nee, ja doch, habe ich. Wo soll ich eine hinsetzen? Zeig doch mal. Mach doch mal. Nee, da nicht. Äh, da auch nicht. Noch dichter rein. Nee. Äh, wo sind die Zäune denn? Ja, da. Da. Wenn du da eine hinsetzt. So. Dann kannst du da ja eine Foundation wieder ran schnappen. Und zwar so schräg. Nein, die muss aber die mittlere Schräge sein. Hä? Also, guck mal. Ähm. Oder noch eine Säule, dass du hier eine Schräge so ran. Dadurch kriegst du doch hier so eine... Nee, 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 nee. So meine ich das nicht. Da kriegst du aber eine Schräge rein. Oh, ist das der Himmel rot. Guck mal. Ist das so warm? 30 Grad hier da. Weißt du nicht, was ich meine? Na, du weißt nicht, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Soll ich die Säule wieder wegnehmen? Ja, kannst du machen. Ich nehme die Säule wieder weg. Ich dachte, du wolltest den Winkel haben, damit du hier reinkommst. Ja, ich muss aber nicht den Winkel haben, den ich mit der Säule hätte, sondern den halben Winkel, den ich dann hätte. Hä? Ja, guck doch mal hier den Boden. Der würde ja hier so rüberschnappen. Genauso viel, wie der hier auch rüberschnappt. Also müsstest du quasi... Hast du da eine Zaunfoundation? Nee, das ist ja so... Nein, das ist ja so eine Foundation. Siehst du das gar nicht mehr, was ich da gerade mache? Doch, das sehe ich. Ich sehe es jetzt da, die Foundation. Aber die hilft dir auch nicht weiter. Jetzt siehst du das? Nö. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt aber. Jetzt wieder. Ja, aber die kann man nur daran schnappen. Oh, was denn jetzt? Ne, das ist blödsinnig. Die braucht man nicht. Warte doch mal. Das ist eigentlich so ungeduldig. Findest du immer? Findest du immer so ungeduldig? Ja. Ja. Und? Du willst doch schräg reinkommen, oder nicht? Ich trau dir mich jetzt... Ah, nicht wegzunehmen. Gehst du runter? Achtung. Aber ein bisschen Risiko muss dabei sein, sonst ist das doof. Wie viel... War es nur 45 Grad noch eingestellt, ne? Da gibt es ja das Standort alles. Ja, okay, dann geht das sowieso nicht. Dann geht das nicht. Ne. Nein, das geht nicht. Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Ne, stimmt. Der Winkel ist blöd, ne? Ja. Obwohl, hier hast du ja einen schrägen Winkel. Moment, den kannst du dadurch doch teilen. Nee. Ne. Meinst du nicht? Das sind 12er, das heißt du hast 30 Grad, du hast da 45 Grad. Ja, aber wenn du da jetzt, so, wenn du da jetzt nochmal 45 Grad machst, dann hast du den... 90 Grad. Zweimal 45 sind 90. Echt? 180, je nachdem wie du jetzt schnappst. Ja. Ja, hast recht. Gehst du runter? Hui. Ja. Welchen Winkel hätten wir denn sonst, wo das passt? Gar keinen, ne? Wir haben ja 12 Segmente, sonst müsste man von einem weiter weg das machen. Nein. Wie würde das passen? Du brauchst ja keinen 30 Grad Winkel, du brauchst ja einen 15 Grad Winkel und der wird nicht abgedeckt. Das sind ja alles nur so im 30 Grad Winkel. Die sind ja alle parallel oder auch nicht. Ich will mal wissen, wie lange diese Fackel noch hält. Achso, da steht ja ja. Haltbarkeit. Verfällt in 7, 6 Sekunden. Also nicht mehr lange. Da habe ich aufgehoben. Ich wollte ja unten die Wasserleitung bauen, das mache ich jetzt. Da brauche ich aber Steine. Äh, Wasserleitung ist ja noch hinten im... Ja, wo? Ja, die habe ich ja rausgenommen. Ich habe die schon rausgenommen, aber ich muss natürlich... Hui. So, da ist der Baum. Jetzt habe ich keine Fasern mehr. Keine Fasern? Nein, mir fehlen Fasern. Bin ich da jetzt? Wo ist denn die Sinkrichte? Da. So, so geht das. Dann brauche ich... Was geht hier ab? Oh, musst du mich denn so erschrecken? Ja. Das macht nichts. Du kannst dich auch ruhig mal erschrecken. Will ich aber nicht. Ach, du hast ja meine... Was? Wo hast du eigentlich meine... Wie heißt das Ding? Sichel. Ich habe keine Sichel. Du hattest... Ich habe im Video gesehen, du hast zwei Sicheln gehabt. Und ich hatte keine. Ja, hier, komm her. Da liegt die. Du kriegst sogar meine grüne. Aber nicht kaputt machen. Nö, die behalte ich jetzt. Das war's. Lass mein Rohr in Ruhe. Sicherlich, sicherlich. Jetzt brauche ich eine Schräge. Eine Schräge-Rohre. Glaube ich. Ich hoffe, das klappt alles, wie ich mir das vorstelle. Was macht der? Der hat ein Level abgehakt. Und da habe ich ihn... Level abgehakt. Ja. Hier ist jetzt nichts los im Moment, ne? Nö. Warum eigentlich nicht? Ist doch gut. Das... Äh... Reicht nicht. Und das reicht. So. Wasser Marsch! Also ich hätte hier oben angefangen und das gerade gelegt. Du ja, aber nicht, nicht ich, äh, also ich nicht. Weil das geht nicht. Natürlich geht das. Du musst... Das, das funktioniert nicht. Also, an der Burg habe ich oben angefangen. Ja, ich habe aber hier angefangen, ist doch egal. Ach, das ist ein gelber Stahl. Ich müsste mir sowas zu essen holen. Brauchst du noch irgendwas? Warum sagst du mir wieder, was ich zu tun habe? Ich habe nicht gesagt, dass du das tun sollst. Ich habe nur gesagt, was ich tun würde. Und wenn das anders ist, wie das, was du tust, dann... ist das so. Dann ist das so, ja. Das ist dann einfach so. Jeder macht das, kann das, das machen, wie er möchte, oder nicht? Ja, ich wollte dir ja nur Tipps geben, damit das ordentlich aussieht. Und mir das nicht wieder abreißen müssen. Ha, ich habe schon wieder gebremst. Warum ist das jetzt schon lieblich? Ich will X drücken. Ich kann nicht mehr mit einem Viech hier oben, ne? Ich sehe es nicht. Ich sehe auch nichts, weil das so blöd neblig ist. Das ist aber ein ganz schön hoher Baum. Soll ich noch was mitbringen? Brauchst du noch etwas? Was war das denn für ein Geräusch? Wo? Wo? Wie war? Wo bist du? Zu Hause? Ja. Und was für ein Geräusch ist da? Äh, ich glaube, Charlotte macht ganz merkwürdige Geräusche. Vielleicht kriegt sie ja ein Baby. Ja, so hört sich das an, ey. so nee das ist mein magen nein ich du bist ich bin weit weg ja eben kannst du sie wie laut ist sie für nun ab hier ist so gar nichts mehr da hinten war das von ganz fürchterlich gruseliges geräusch da ist unser scharf hat das zu essen es verliert auch nahrung und das ist wieder voll geschafft hier schere der folge wie im boden ist gerade auf den kleber aufgesprungen ja ich weiß bin meine ausgerutscht was machen die ich weiß ich wollte gegen die wand gelaufen ist ja noch ein schrank kann man das eigentlich nicht scheren hier hat der gräber wieder seinen müllschrank gelegt das ist aber interessant scheiße ich bin heruntergefallen ich habe eben aus einem dingsbums einen blauen ich hier sattel gekriegt also rezept ich und rezept für einen laternenfall laternenfall ganz unten ich möchte gerne aufstehen bis unten dann wollte ich jetzt mal das schon geschoren so sieht ja schon nackig ich dachte wir werden ganz das war aber nicht so viel wie vorhin das war nur 47 kann ich mal die schere reparieren wenn ich denn hier ein bisschen kram für habe kannst du noch so ein werkstatt machen wir sollen zum mitnehmen wie was finden wir auch so eine werkbank oder werkbank ja ich glaube kann ich das das kann ich sicher muss bloß gerade mal meine ganzen sachen reparieren hier also zumindest meine meine waffen und den krempel ich hatte doch die bessere ich hatte eigentlich eine bessere pick die weg bank werkbank eine werkbank wer habe ich nämlich nicht gelernt krisse baubulk metallbauen steinholzleder stein holzleder holzleder nun geht's mit die 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 durch schmied nicht die kumme beine ja ich war überladen wo ist das den kind sie sind es dort wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich es getan wahrscheinlich hast du das getan ich bringe mal mit oder kommen grüner strahl runter ich mache hier noch mal die wasseranschluss einen stopfen habe ich natürlich nichts mit was soll es keine holz ich lasse es sein ich habe kein stein das nehme ich wo ist das wo er da ist das wo er ist doch toll was wir finden wieder nur und so und immer hätte das gerne schön parallel wozu parallel zu einem runden stamm möchtest du bei meinem haus was sehr zu gerne was gerne genau parallel zu dem foundation was das ist die wasser kreuzung warum es ist mir egal dann muss ich das sache selber noch mal warum natürlich wieder schön gemacht sagt mir doch nicht immer dass ich das nicht mal dann kannst du auch alles alleine machen was soll das ja ich darf gar nichts machen weil das in deinen augen ist es falsch in meinen augen sagt dass es falsch ist ich habe gesagt es ist nicht schön guck mal hier kommt jetzt wasser und das ist unterhalb des bodens ist das nicht toll wenn man das ähnlich sieht und es ist ja egal ich würde es gar nicht schlecht wir nur ein bild verbessern oder so ich weiß nicht überhaupt im lebens ist ja eigentlich eh nur zum trinken es sind es ist Mostor und Petel und zwei schränke ja wie kriege ich den stopfen jetzt sehen wir ab ne gute Frage dann mache ich das doch mal hä hab ich jetzt wieder keine steine ach das bastelst du da das siehst du doch du kannst das sehen was ich mache ja ich weiß das finde ich auch schön das finde ich auch schön endlich kann ich sehen was Fiddle für Mist baut wieso mache ich doch gar nicht ne ich weiß ich mache keinen Mist ich mache das schön hättest du das nicht hättest du das nämlich ganz am Baum rein gemacht dann hättest du die Leitung nicht mehr legen können nach unten weil der Baum nämlich nach unten breiter wird hm das ist nämlich das Problem ja ja na flutsch nicht ne so flutschi ist prima flutschi ist eine Wucht oder wie war das ja könnte es auch so machen so 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 und so und so und so neun hm cool das ist wenn man hier jetzt kann man hier überhaupt ein Beet hin tun was ist wenn man da drauf rum läuft zu was ist dann dann hast du ein Gebet ja das hast du dann ja ich brauche mal die gebete du bist dehydriert du brauchst wasser ja ich habe kein stopfen doch ich habe gestopfen aber wo stopfte das aus was sieht aus sich aus so jetzt habe ich getrunken getrunken soll ich jetzt dann beten da müsste das so eigentlich wasser haben eigentlich ja es hat was ich habe die nummer da so hingesetzt aus gründen das gründen hat gerade keine bewandtnis sagst du ja zumindest haben wir hier wasser das ist doch doch das ist schön wird das was ich jetzt machen was machst du denn gerade wie ich hier am besten das bild muss noch ein bisschen weiter zeig mal was so wie man da jetzt einen schönen abschluss macht ja das ist das problem das kriegen das ist doch offen hier kann man jetzt rumlaufen aus wenn man lebensmüde ist du hast ja eine tür eingebaut ja hab ich ich will jetzt draußen noch irgendwie ein zaun ran machen können da aber bitte noch nicht du kannst woanders zäune machen aber jetzt nicht da den zaun machen bitte da soll nämlich noch was hin ja das mache ich auch jetzt dann kannst du dann ein zaun machen du kriegst ja ja außen keinen keine zaunfoundation so schön ran doch kriegst du ne der schnappt immer nach innen wirst du nicht bist du doch so ne was machst du denn da so das ist toll dann machen wir doch dicht irgendwie ja wenn du das schöner hin kriegst wie das was ich schon gesetzt habe moment die war das noch mal ich bin hier im haus sicher das fällt nicht runter ich drücke ich bin dehydriert ja es wäre schön wenn man wirklich jetzt einfach sagen könnte jetzt mal nicht mehr schnappen kann das süßen dahin machen aber dann hast du hier so einen alten zaun sieht auch kacke aus ne machen wir das anders man konnte auch zäune übereinander setzen ne kann man nicht so scheiße aus ne ich meine so und der ist doch der ist doch gut nein der scheiße der ragt euch die so rein ja das ist aber nicht so schlimm das ist ja nur ein bisschen oder ragt da hätte ich jetzt noch ein bisschen gedreht so fließend sag ich mal ist das hier alles foundation unten in der mitte nicht was so also zwei fehlen ja aber die muss man ja auch nicht wenn man da nicht stehen bleibt und du drückst ich weiß nicht ob du da überhaupt irgendwas hinsetzen kannst du nichts bauen kannst du ja nichts darauf bauen wie du kannst nichts drauf bauen auf diese ja du kannst alles drauf bauen und alles freisetzen ja warum nicht kannst du säulen machen der macht ja aber ich glaube die schnappen jetzt an die foundation die rundherum die kannst du auch in der mitte machen natürlich die schnappen auch in der foundation entsprechend weg ja ja aber dann kann man nach oben machen und dann so ein spitz dach ich hatte mir noch ja diese drei dach war ich noch überlegen was sozusagen diese dreiecksteile ja haben wir die ich habe alles mitgebracht was an holz hat ich glaube 1 war übrig 1 ist egal ist es ja nun anschauen objekt ja so dieses teil ja ich setze das einfach mal das hat ja bestimmten winkel ich setze das mal dahin erst mal nur zum gucken ja das ist blöd was wolltest du denn machen ja so wenn man das teil jetzt was für ein winkel hat das hier draußen wenn man das jetzt quasi noch nach innen kippt also zu uns also schnappung macht dass er nach innen kippt du ich weiß was du vorhast wäre auch vielleicht ganz toll um irgendwas zu bauen aber es geht nicht dann sind die dächer da schräg dran und du hast noch mehr schnapppunkte und da ja wieder noch schwieriger auch keine schnapppunkte mir ist hat sich ausgeschnappt ja nicht aber was ich jetzt frage und wenn du die so spitz setzt ja die haben ja die halbe breite von so einem wandteil der band ja kannst du dann da irgendwie zwei drauf setzen wir wirklich so ein ganz spitzes dach macht das müsste doch ein was gehen da braucht man eine halbe wand für verstehe ich jetzt nicht du siehst ja was ich mache ja das ist doof ist aber so kannst du einen trichter basteln ja kannst du machen brauchst du mal eine wand darunter ja aber ich will keinen richter jetzt ja und das kannst du benutzen um so ein spitzes dach zu machen auf eine eine wandbreite habe ich da extra dafür gemacht deswegen sind die auch wie du siehst ja ein stück weiter rein damit das vom winkel und von der breite und damit das alles passt warte mal ich mach mal was so wie schafft man es jetzt was denn ich denke ja so kann man es machen dann setzt du den nächsten hier drauf und dann das ist ja so wie bei der gaube bei unserem haus ja das ist für eine gaube schön aber nicht für ein ganzes dach nein für dach würde ich das auch nicht machen dann müsstest du ja ein extra das das geht ja nicht dann müsstest du eine extra struktur haben und halbe dächer und also krempel aber dann sind wir ja wieder bei dem thema wird ich würde auch meine alte art und weise wieder ein satteldach machen ja auf deine art und weise eine alte art und weise mal in diese richtung das raus möchte haben möchten aber wir können uns hier auch die giebel hier vorne ich hatte aber auch überlegt dann schnippel ja entweder hier den giebel rein und satteldach was ich eigentlich ganz schick finde würde das könnte man auch noch ganz einfach machen ja das machen wir auch so ein satteldach aber ich habe eine idee das machen wir das schöne ist finde er erzählt ja nie was ich habe überlegt wir machen jetzt hier noch eine reihe wand drauf ich habe da dabei macht doch dann machen wir eine decke rein die aber um halben außen versetzt ist haben wir wieder vier dann können wir da oben ein schönes dach drauf machen ja was aber auch ein bisschen zurück liegt dann haben wir da oben noch ein balkon soll eingebauten aber ja 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 das wollte ich machen ja das ist doch schön ja das finde ich gut und ich muss jetzt sehen wie ich diese wasserleitung aber das kann ich ja machen die wollte ich jetzt rüber zu uns link zum haus liegen noch dazu bei euch ganz viel gerade da drei sind nicht viele gleich wird er fluchen fluchen ach nix alles gut ich höre ihn fluchen warum denn fluchen du hörst mich nicht fluchen dann sagst du ich wäre doof warum solltest du mich fluchen hören verstehe ich nicht was ich das ist schon schön alles gut fünf habe ich nur fünf mitgenommen wieso das ich habe dir was weggenommen wehr durch nein es geht nicht so wie es gerne hätte warum nicht aber ich mache das so weiter da muss man hinten andere lösung finden weil der baum is im weg so stehe ich nicht da kriegst du keine ceiling ran oder was sagt das doch habe ich ja gesagt der baum ist selbst mit alt nicht selbst mit alt nicht das doch das muss gehen mit alt das ist noch schräges häuser abdachen keine mehr ich muss mal gucken ob der holzsicher sind das muss gehen darf ich die steine haben ja natürlich dass ich deine nehmen mir ruhig meine steine weg ich brauche keine steine da haben wir noch holz dach so war jetzt mein roher da macht man da oben wieder in so eine linksbumpsen wand hin glas wand ja was ist das für ein scheiß wetter das ist mir zu geschissen war echt ein scheiß wetter